Ihr wisst ja Mädels, wir haben unsere tolle Sale-Aktion laufen, da stecken wir mittendrin. Also wir haben ganz tolle Sachen schon im Sale gepackt und da könnt ihr bis zu 80% sparen. Ihr bekommt auf diesen gesamten Winter Sale mit dem Code Winter Sale nochmal 40% on top. Also da könnt ihr wirklich richtig sparen. Und ich zeige euch jetzt einfach mal so ein paar Teile, die ich euch rausgesucht habe, damit ihr seht. Ihr könnt super tolle Schnäppchen machen, komplette Outfits, Mänteln und das stelle ich euch jetzt einfach mal vor. Gleich mit unserer Feltlederhose. Das ist so eine ganz tolle Künstlederhose. Lange sich auch sehr schön an, ist innen ein bisschen angeraut, hat hier zwei tolle Taschen. Ist also ein ganz toller Basic-Artikel und den gibt es in verschiedenen Farben bei uns im Shop und die findet ihr bereits komplett schon im Sale. Dazu kombiniert einen unserer tollen Shirts hier mit so diesem Pepita-Herz, hat ein bisschen so Goldglitzer außenrum. Ist ein ganz toller, angenehmer Shirtstoff, ein bisschen kuschelig noch. Gibt es auch noch in verschiedenen Farben. Ihr seht schon, es ist ein bisschen so kastig geschnitten. Passt euch also bis zu einer guten Größe 40 bzw. 42. Und ist ein toller Basic-Artikel einfach unter unseren ganzen tollen Mänteln. Und wie gesagt, gibt es auch noch in anderen Farben. Und natürlich noch viel mehr Shirts. Als nächstes habe ich diesen tollen Karrigan für euch. Und zwar ist der auch in unserem Sale bereits gelandet. Und eine ganz tolle Jacke. Die gibt es auch in verschiedenen Farben. Ich zeige euch hier jetzt die Creme-Variante. Schaut einfach ins Shop. Wir haben das auch noch in einem wunderschönen Petrol und auch so einen Rot-Grünton. Also die gibt es in verschiedenen Farben. Ist eine sehr edle und hochwertige Jacke. Die passt euch auch locker bis zu einer guten Größe 42. Und ihr seht schon, hier habt ihr einen kompletten Look einfach, wo ihr praktisch wirklich Schnäppchen machen könnt. Denn ihr bekommt auf diese Sale-Preise noch einmal 40% drauf. Also greift einfach zu. Seid schnell. Auf dem nächsten Look könnt ihr wirklich gut sparen. Und zwar ist es diese tolle Wolljacke hier in diesem Camel-Ton mit Orange und Schwarz. Ist also eine ganz tolle Farbkombination. Der passt euch bis zu einer guten Größe 42. Ist auch wieder schön kuschelig warm. Ist nicht gefüttert. Und hat hier zwei Taschen. Einen schönen Kragen. Und wie gesagt, on top. Auf dem Sale-Preis bekommt ihr auch bei dieser Jacke nochmal 40%. Als nächstes habe ich wieder ein schönes Basic-Teil für euch. Und zwar ist es diese schöne Bluse hier mit Seide. Hat ein bisschen so weite Ärmel. Und ich zeige euch mal. Hat hier, ist normal geschnitten, sage ich jetzt mal. Könnt ihr auch schön unter unseren Pullobern anziehen. Oder einfach lässig hier in die Hose stecken. Ist ein bisschen so schöner schimmernder Stoff. Das könnt ihr hier schön sehen. Passt also auch locker bis zu einer guten Größe 42. Ist also sehr Oversize gemacht. Gibt es auch in verschiedenen Farben. Bekommt ihr aktuell auch im Sale. Dann komme ich zu unseren tollen Sweatern. Die wir bereits in den Sale wandern haben lassen. Und zwar ist es hier jetzt Rock. Sehr schön. Es ist so geflockt hier. Auch mit einem schönen Stern. Mit Glitzer. Passt also auch toll zu der Hose. Ist ein richtiger schöner Kuschel-Look. Die Sweater, die sind ein bisschen kleiner. Die fallen bis zu einer kleinen Größe 40. Also Größe 38, kleine 40 aus. Wir haben ja dann noch andere im Shop. Die gehen dann auch bis Größe 42. Aber dieser hier ist eher wieder was für schmälere Frauen. Ist also innen auch sehr schön kuschelig angeraut. Und diesen Sweater und noch anderes Motiv gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben. Schaut also unbedingt durch unsere Kategorie Sale. Und spart also hier auf eure Kuschelteilchen. Gut, an Letzt habe ich jetzt einen Wollmantel dazu angezogen. Das ist jetzt auch nur ein Beispiel, was ihr bereits alles im Sale findet. Dieser hier hat hier so schöne Streifen und hier zwei aufgenähte Taschen. Ist jetzt praktisch so ein Camel-Cream-Ton. Könnt ihr also überall dazu kombinieren. Ihr seht schon, hat zwei seitliche Taschen. Passt euch bis zu einer, circa bis zu einer Größe kleinen 42. Und wie gesagt, ist nur ein Beispiel, denn wir haben ganz viele solche Mäntel bereits im Sale. Stöbert hier einfach mal durch. Das war jetzt eine kleine Auswahl aus unserem Sale. Stöbert einfach mal durch. Und es wird bestimmt was für euch dabei sein. Komplette Outfits, vielleicht auch nur eine Jacke, ein Oberteil. Vielleicht habt ihr ja schon mal was gekauft bei uns. Und braucht einfach noch was dazu zu kombinieren. Da könnt ihr also aktuell wirklich sehr gut sparen. Ihr wisst, 40% on top mit Code Winter Sale. In dem Sinn wünsche ich euch heute auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Und happy Shopping für alle Sparfüchse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.